Guten Abend zur Aufnahme meines Hamburg-Albums. Ich habe zwei Jahre lang komponiert und arrangiert und Texte geschrieben über meine Heimatstadt Hamburg und diese CD haben wir jetzt aufgenommen zusammen mit dem Oliver-Schnieder-Trio, das jetzt nur noch Schnieder-Trio heißt. Aber vielleicht kennt ihr das Oliver-Schnieder-Trio von der Winterreise, weil das ist jetzt unser zweites Album. Aber jetzt heißen sie nur Schnieder-Trio. Aber das ist wie bei Radar-Potix. Ich möchte euch gerne die Musiker vorstellen. Das ist der Benjamin. Der Benjamin spielt Cello und schon ganz, ganz toll. Der telefoniert aber gerade mit seiner Frau. Und das ist der Oliver. Der ist ganz berühmt und der spielt hier Klavier. Ich bin sehr dankbar, dass er das tue ich. Vielen Dank. So jetzt gehen wir noch zum Geiger. Und das ist der Geiger, der Andreas, der Arnke. Die spielen beide im Tonhallorchester. Und der spielt Geige. Also Violine heißt das auch. Und der war es auch ganz toll. Das waren alle Musiker. Also ich bin Daniel Single. Das war es auch ganz toll. Das war es auch ganz toll. Im Stadion, im Fernsehen, da ist es präsent. Und jeder, die Spieler beim Vornamen kennt, froh lockt der schnelle Schuh. Denn im Jubeln alle zählen. Bis einer Meisterlisten ist hier Ruhe. FC St. Pauli, mein St. Pauli. Du bist ja im Grunde genau wie die Frau, die ich für mich, für Konstantier. Im Leben ich nie mehr verliere. Mein St. Pauli, FC St. Pauli. Wir haben aufgenommen Lieder, also Bearbeitung über die Beatles, haben wir zum Beispiel was aufgenommen. Dann haben wir aufgenommen Lieder von Hans Albers, kennt man die, oder von Heidi Kabel. Auch von mir haben wir auch was aufgenommen. Und ja auch aus Opern und Operetten, ganz tolle, berühmte Arien habe ich umgewurstet für diesen Bouquet. Das musst du vielleicht nicht nehmen. Aber das am Anfang kannst du nehmen, dass wir die Beatles aufgenommen haben. Ja. 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 Nie.